Musik Für mich ist der BR-Chor einfach der beste Chor der Welt. Das kann ich einfach mal so sagen. Der Klang ist einfach unglaublich besonders. Musik Das ist eine Reinheit im Klang. Das ist eine Mischung, die natürlich, also so ein Klang wird ja immer auch vom Chorleiter irgendwie kreiert. Und das ist eine Aufbauarbeit über Jahre. Aber das Potenzial ist einfach so hoch, ja, da ist einfach was ganz Wunderbares geschaffen worden mit mehreren Chorleitern über Jahrzehnte. Musik Also Akamus, das ist einfach auf dem Niveau in dem, was sie machen, auch einzigartig, finde ich. Und diese Kombi, der BR-Chor und Akamus, das ist schon sein Häubchen, würde ich sagen. Also schon toll. Und klanglich ist es, glaube ich, so, dass durch die alten Instrumente hat man auch als Sänger noch mal mehr Möglichkeit, sich auszubereiten. Man hat also nicht das Gefühl, einen Klangapparat unserer Sicht zu haben, der einen an die Grenzen bringt, sondern man kann einfach komfortabel musizieren. Musik Wir kommen aussprochen gerne nach München, hier zum BR-Chor. Aber insofern ist das wirklich eine sehr freundschaftliche, sehr künstlerisch anregende Zusammenarbeit. Musik Mozart-Vrikim ist natürlich das Mozartsche Werk und dabei sind sehr, sehr viele Noten überhaupt nicht von ihm. Und das Problem ist immer, in welcher Fassung soll man dieses Stück spielen? Howard Armen hat sich offensichtlich seit sehr, sehr vielen Jahren intensiv damit beschäftigt und hat irgendwann gesagt, was mutig und aber auch legitim ist. Ich gucke mal und versuche mal anzufangen bei den Sachen, die vielleicht wirklich nicht ideal sind, eine andere Lösung zu finden. Ob es dann wirklich perfekt ist, kann man nicht sagen. Aber es ist jetzt sehr, sehr spannend, die Probenarbeit. Musik Musik Ich glaube, eine der vielen Besonderheiten, die dieser Chor hat, ist, dass es in der Aufführung, nachdem man all diese Proben hinter sich hat, immer noch mal etwas gibt, was passiert, was so schwer zu beschreiben ist, was man einfach erlebt. Und ich glaube, dass das sehr viel mit der Freude an dem, was man macht, zu tun hat. Also eben die Freude an der Musik. Musik Primär ist es, glaube ich, erstmal der Klang, der so einzeigartig ist und auch die Bandbreite, die der Chor abdecken kann. Also von Barock bis wirklich zur äußersten Moderne ist alles drin und auch alles so, dass man nicht das Gefühl hat, da muss man irgendwelche Abstriche machen, sondern da ist einfach, die sind einfach in der Lage, alles auf höchstem Niveau singen zu können. Musik Wie bin ich mit dem Chor in Berührung gekommen? Das ist eine sehr lange Verbindung eigentlich. Ich bin ja Münchnerin und in München aufgewachsen und natürlich auch in Kontakt gekommen dadurch, also von Publikumsseite mit den verschiedenen Klangkörpern, die in München so agieren. Und der BR-Chor war für mich im Studium dann eigentlich, das war das Ziel. Ich wollte Mitglied im BR-Chor werden. Und an Solo-Karriere in dem Sinn dachte ich noch nicht. Und deswegen habe ich mich angemeldet für ein Aushilfsvorsingen und bin dann tatsächlich im Konzertchor als Aushilfe genommen worden. Das war, ich glaube, wann war denn das? 98, glaube ich. Und habe dann da fünf Jahre mitgesungen. Das heißt, ich kenne den BR-Chor sehr, sehr gut, eben auch als Chorsängerin. Und finde es wunderbar, dass ich jetzt das Vertrauen genieße, auch als Solistin kommen zu dürfen. Das heißt, ich kenne den BR-Chor sehr, sehr gut. Das heißt, ich kenne den BR-Chor. Untertitelung des ZDF, 2020